In diesem Video erfährst du alles zu den neuen Ghillie Kapuzen und den Gasmasken Helm Kombinationen in Ghost Recon Breakpoint Title Update 4.0.0. Los geht's! Bei mir dreht sich übrigens alles um Ghost Recon und wenn du da Bock drauf hast, lass mir gerne ein Abo da und aktiviere die Glocke, damit du keines meiner Videos verpasst. Beginnen wir mit den Gasmasken, die jetzt kompatibel zu Helmen sind. Das ist zum einen die Avon M50 Gasmaske. Die gibt es nur im Store, also im Echtgeldshop zu kaufen, für, wenn du sie einzeln kaufst, 200 Ghost Coins. Die sieht dann so aus. Man kann auch die Farbe anpassen. Ja, also geht ganz ohne Probleme. Im Spiel sieht das Ganze dann so aus. Ist sehr schick, wenn du mich fragst. Ist auch so von den dreien, die kompatibel sind, meine liebste. Das kann ich jetzt schon mal sagen, vom Aussehen her. Ja, die andere, die nächste, das ist die neue Bulldog Gasmaske. Die gibt es kostenlos und die ist, wie gesagt, die ist auch neu und sieht meiner Meinung nach halt nur ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus. Ich finde sie nicht so geil, aber das muss natürlich jeder selbst wissen. Mir persönlich gefällt sie nicht ganz so gut. Und zum Schluss gibt es noch die Panorama Gasmaske. Die ist ebenfalls neu und die kannst du bei Maria im Shop für ein paar Skellcredits kaufen. Das ist... wo ist sie? Da ist sie. Da kann natürlich auch die Farbe angepasst werden, genauso wie bei der anderen eben. Die geht eigentlich auch noch ganz gut, aber meins ist sie nicht. Meine liebste ist, wie gesagt, die, die es im Echtgeldshop für 200 Ghostcoins gibt. Die Gasmaske, die Gasmaske, die Gasmaske, Avon M50. Ich finde, die sieht am ehesten so nach einer bekannten Gasmaske aus, wie man sie halt so kennt. Kommen wir zu den Gillikapuzen. Von denen gibt es insgesamt vier. Und zwar die Arcturus Warrior. Die gibt es nur im Shop. Das ist die, die ich hier gerade ausgerüstet habe. Vom Arcturus Warrior gibt es auch das Oberteil und die Hose nur im Shop. Also im Echtgeldshop. Ist ein bisschen schade, aber ich meine, irgendwie müssen die armen Ubisoftler ja auch Geld verdienen. Und ich finde, der sieht eigentlich echt schick aus. Sieht ein bisschen aus wie ein Yeti von hinten. Finde ich ganz nice. Dann gibt es noch die Baumblätter-Gillikapuze. Die findest du in taktischen Depots. Das ist quasi das eine Stück, das dem Pfadfinder noch gefehlt hat. Denn auch die Baumblätterhose und das Baumblätteroberteil gab es ja schon in den taktischen Depots. Als nächstes gibt es noch die Cry Compact-Gillikapuze. Die ist passend zum Sturmsoldaten-Gilli-Oberteil. Die gibt es ganz einfach bei Maria in R1 zu kaufen. Für ein paar Scale-Credits. Und zu guter Letzt gibt es noch die Arcturus-Ghost-Gillikapuze, die ich leider noch nicht freigeschaltet habe. Die bekommst du, wenn deine Teammitglieder die Stufe 15 erreichen. Da bekommst du die Kapuze Arcturus-Ghost. Ja, die habe ich leider noch nicht freigeschaltet. Aber ich bin mir sicher, sobald ich die freigeschaltet habe, wirst du die garantiert in irgendeinem meiner Videos sehen. Zum Beispiel in einem Let's Play oder in einem Klassenguide zum Scharfschützen zum Beispiel. Oder ja, in welchem Video auch immer. In irgendeinem meiner Videos wird es mir schon vorkommen. Ja, du hast es vielleicht eben schon bemerkt. Und ja, die Gillikapuzen, die sind leider im Masken-Slot. Im Masken-Slot werden die ausgerüstet. Das hat laut einem Mitarbeiter, einem Community-Mitarbeiter von Ubisoft, technische Gründe. Denn es ist wohl so, dass die Masken oder viele Masken, wenn man sie hier ausrüstet und dann zusätzlich eine Gillikapuze ausrüstet, dass die durch die Gillikapuze durchklippen. Es hat also technische Gründe. Ich finde es trotzdem mehr als beschissen. Denn ich will doch nicht so rumlaufen. Ja, auch mit dem Arcturus Warrior. Wo habe ich ihn denn? Habe ich ihn überschrieben? Nee, da ist er. Ich will doch da noch eine anständige Maske anziehen. Ich meine, auch eine Gasmaske vielleicht oder zumindest da so ein, hier so ein Tarnsturmhaube dazu. Aber nee, geht nicht. Und es fällt dann im Grunde, fallen da sogar zwei Slots weg. Denn egal, was du hier im Kopfschutz-Slot ausgewählt hast, ganz egal was, es wird dann nicht mehr angezeigt, sobald du eine Gillikapuze anhast. Das ist echt beschissen, also echt beschissen gelöst. Und ich denke, das zeigt auch einmal mehr, dass Ubisoft da keine großen Ressourcen mehr reinsteckt. Denn ansonsten hätten sie es bestimmt hingekriegt, dass die Gillikapuzen im Kopfschutz-Slot sind, wie das eigentlich sein sollte. Und nicht hier im Mastenslot. Und was auch ein bisschen davon zeugt, dass Ubisoft da keine großen Ressourcen mehr in Breakpoint reinsteckt, ist die Tatsache, dass die Teammitglieder-Herausforderungen allesamt echt ziemlich low sind. Also kaum Aufwand drin steckt und auch kaum Aufwand betrieben werden muss, um sie zu lösen. Und dass es entgegen dem englischen Text zu diesem Update, also der Text, der letzte Woche veröffentlicht wurde, am Dienstag, keine Teammitglieder-Missionen gibt. Im englischen Ankündigungstext des Updates war die Rede von Teammate-Missions, also Teamkameraden-Missionen, und Teammate-Challenges, also Teamkamerad- oder Teammitglieder-Herausforderungen. Ja, die Teammitglieder-Herausforderungen, die haben wir. Aber in der deutschen Übersetzung des Textes, die mir zum Zeitpunkt meines Videos noch nicht vorlag, soviel zu meiner Verteidigung, ist nur noch die Rede von Teammitglieder-Herausforderungen. Also keine Rede mehr von Teammitglieder-Missionen. Ja, es ist wie es ist, mehr werden wir nicht bekommen. Wir bekommen noch ein Update im Herbst und dann war's das. Und ja, ich setze da auch keine großen Hoffnungen mehr rein, dass das irgendwie besonders groß wird. Aber ich schweife mal wieder ab. Ja, das Video ist eigentlich zu Ende. Liken, abonnieren, Glocke aktivieren. Ciao.